Hallo, mein Name ist Luca und auch wenn man es mir nicht ansieht, mein Traumberuf war es schon immer, Architekt zu werden. Äh, ja, ich glaub, das sieht man mir wirklich nicht an. Allerdings fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, hey, warum erzählt ihr uns das alles überhaupt? Okay, vielleicht fragt ihr es euch auch nicht, weil ihr es schon im Titel gesehen habt. Wir schauen uns heute gemeinsam einige der kuriosesten Architektur-Design-Fails an. Also ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dieser Garage, die irgendwie, ja, ein bisschen zu hoch geraten ist. Ja, da parke ich dann einfach meinen Privatjet drin. Das hier ist der nächste Design-Fail und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hey, warum hat da ein Hund draufgekackt? Äh, naja, das soll so. Das ist wirklich so bei dem Teppich mit dabei. Ja, wer sagt denn, ja, klar, das sieht gut aus, den produzieren wir so. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Design-Fail und zwar geht es dabei um diese Toilette. Also, ich meine, die rechts ist ja auf völlig normaler Höhe, aber die da hinten, ich weiß nicht, die wäre halt perfekt, wenn einer kotzen muss. Ja, ich weiß nicht, wer sowas durchwinkt. Und ich weiß auch nicht, wer eine Bettwäsche in diesem Rosendesign durchwinkt. Ey, das sieht aus wie ein Mordschauplatz. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Architektur-Fail und zwar geht es hier wieder um ein Bad. Allerdings diesmal nicht um ein Pissoir, sondern um ein Waschbecken. Und ich glaube, ihr könnt schon erkennen, was hieran irgendwie falsch sein könnte. Der nächste Design-Fail spielt sich zur Abwechslung mal nicht in einem Badezimmer ab, sondern auf einer Kreuzung. Und zwar, ja, ich glaube, ihr seht auch hier schon, was falsch ist. Äh, was ist das für ein unnötiger, asphaltierter Umweg? Als nächstes kommen wir nicht wirklich zu einem Architektur- oder mehr oder weniger Design-Fail, ähm, sondern es ist ein allgemeiner Fail, würde ich sagen. Und zwar ist es ein Buch über, äh, Plastik und zwar Wege, wie man, äh, in seinem eigenen Leben Plastik aus dem eigenen Leben verdrängen kann. Das Buch ist allerdings in Plastik verpackt. Also, äh, da hast du auf jeden Fall Nagel mit dem Kopf getroffen. Keine Ahnung, ob das Sprichwort gerade Sinn gemacht hat oder ob es das Sprichwort überhaupt gibt. Äh, allerdings würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Design-Fail. Und zwar geht es hierbei um eine Kleidung, beziehungsweise um einen Hoodie. Äh, ihr seht schon hier oben Anti-Animal-Cruelty-Club. Also, wir sind gegen Tierversuche. Und das sind Design vom Anti-Social-Social-Club. Ähm, die haben allerdings nicht die Kapuze bedacht. Und dann, ich meine, es ist nicht lustig. Es sind Tierversuche, aber dieser Fail, das meine ich, das, das, wie kann man denn an sowas nicht denken? Und an was jemand auch nicht so richtig gedacht hat, gerade hinsichtlich der Funktionsweise eines Produktes, ist der Designer dieser Treppe. Ähm, wieso machst du die, das, 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 hä? Wieso machst du das nicht gerade, Alter? Wenn ich besoffen bin, ich wäre da schon 30 Mal runtergefallen. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Design-Fail. Und zwar hat hier jemand einen Fisch mit einem Hühnchen gepaart. Und ich hoffe, du wurdest gefeuert, weil das ist ganz, ganz verstörend. Die nächste Sache habe ich mit reingenommen in das heutige Compilation-Video, weil ich selber das Ganze nicht so richtig verstehe. Äh, es handelt sich um diesen Schuh. Und ich verstehe nicht, warum da solche Saugnäpfe irgendwie drunter sind. Keine Ahnung, Adidas, ob das irgendwie cool aussehen soll. Aber, falls es irgendeinen Sinn haben sollte, erklärt mir den bitte. Danke. Das hier ist der nächste Design- bzw. Architektur-Fail. Und zwar ist das eine öffentliche Toilette, auf der eine fast durchsichtige Scheibe an die Toilettentür eingebaut wurde. Also, ja. Wenn ihr beim Kacken beobachtet werden wollt, dann solltet ihr definitiv dort auf Toilette gehen. Zum nächsten Architektur-Fail muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Und zwar zeige ich euch einfach mal dieses Wohnzimmer. Ich, 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 ich lasse das einfach mal so unkommentiert hier stehen. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Architektur-Fail. Und zwar ist es eine Sache, die nicht drinnen ist, sondern draußen. Und, ja, auch hier muss ich, glaube ich, nicht wirklich was zu sagen. Der nächste Architektur-Fail erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den neuen Berliner Flughafen. Das Ganze wird gebaut und man kommt voran. Und irgendwann checkt man, hey, irgendwie fehlt das Geld. Und es geht nicht mehr richtig weiter. Und entweder dann stoppt das Projekt, so wie beim BER-Flughafen. Oder man macht einfach das Beste draus. Wie die Leute in diesem Einkaufszentrum. So, da sollte eine Rolltreppe hin. Aber nee, wir haben kein Geld mehr. Deswegen machen wir jetzt doch eine geflasterte Treppe dahin. Beim nächsten Design-Fail fragt man sich eventuell auf den ersten Blick erstmal, hey, was ist denn daran falsch? Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar ist das hier der Design- bzw. Architektur-Fail. Und ihr seht es allerdings auf dem zweiten Blick, wenn ihr euch die Leute mit den Schirmen anschaut. Das ist nämlich eine Bushaltestelle. Und irgendwie, ja, hat die halt Löcher. Die sollte cool aussehen, aber schlussendlich erfüllt sie nicht den Zweck. Und es regnet einfach durch sie durch. Win der Woche. Der nächste Architektur-Fail handelt von einem Fail in einem Krankenhaus. Und zwar hat der Bodengestalter, falls es so einen Beruf gibt, beziehungsweise der Innenarchitekt oder Innen-Einrichter, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall ganz schön verkackt. Er hat nämlich den Boden so gestaltet. Und ich meine, in einem Krankenhaus. Ein blutroter, geschweifter Boden ist jetzt nicht so das Allerklügste. Machen wir allerdings direkt weiter wieder mit einem Badezimmer, beziehungsweise genauer gesagt mit einer Toilette, beziehungsweise noch genauer gesagt mit einer Klo-Brille. Und zwar hat sich jemand gedacht, hey, ich mache so ein cooles Wassertropfen-Design und dann sieht es einfach so aus. Also, ich würde mich da nicht draufsetzen. Zum nächsten Architektur-Fail muss ich, glaube ich, nicht wieder viel zu sagen. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Fenster mit einer effektiven Fensterfläche von vielleicht drei Quadratzentimetern. Ja, wenn man halt den Ausblick genießen will. Machen wir weiter mit einem Design-Fail, bei dem sich die Person wirklich gedacht hat, hey, das ist süß. Und ich meine, ich finde es auch süß. Die Funktionalität davon lässt allerdings zu wünschen übrig. Und zwar geht es um diese Alpaka-Tasse. Und ihr seht schon, wenn man es trinkt, dann stechen einem die Alpaka-Ohren, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Augen aus. Sag mal, testet ihr sowas nicht, bevor ihr das in eine Produktion gebt? Das hier ist der nächste Design-Fail, mehr oder weniger. Beziehungsweise, eventuell war es auch so gewollt. Wenn es allerdings so gewollt worden wäre, warum... Warum? Einfach. Ich meine, ich will mich doch nicht tausendmal beim Kacken selbst beobachten. Der nächste Architektur-Fail spielt sich an einer Wand ab. Also, es ist ein Poster, beziehungsweise ein Plakat. Mit Werbung für ein Fitnessstudio. Und für dieses Fitnessstudio wurde geworben mit einer Dame, die... Ja, Wasser kackt. Alles klar. Beim nächsten Design-Fail handelt es sich um eine Schrift. Beziehungsweise um die Schriftgröße einzelner Wörter. Und das hier ist das Poster. Es ist eigentlich ein guter Zweck. Wenn man allerdings von ein bisschen weiter weg liest, liest man einfach nur Donate to Help and Children. Also, es hört sich so an, als würden die eine Petition starten wollen, dass keine Kinder mehr leben. Äh, ja. Die Message ist, glaube ich, ein bisschen nach hinten losgegangen. Äh, was allerdings auch nach hinten losgegangen ist, ist das Design dieser Uhr. Ich meine, irgendwo ist die Idee cool. So von wegen, hey, wir machen keine normale Uhr, sondern verteilen die Buchstaben in unterschiedlichen Entfernungen. Äh, schlussendlich macht es die Uhr allerdings unlesbar. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Design-Fail. Und zwar handelt es sich dabei um einen Zahn. Um das Design eines Zahns. Und zwar hat der Zahn ein Blatt zwischen seinen Wurzeln. Jedes Kind weiß, dass ein Zahn da... Also, warum macht ihr da ein Blatt hin? Beim nächsten Architektur-Fail frage ich mich wieder, hey, was hattet ihr für einen Architekten? Beziehungsweise vielleicht hat es auch der Statiker verkackt. Ähm, es dreht sich auf jeden Fall um diese Säule. Und das Geländer... Ja, ich meine, ich muss da gar nichts zu sagen. Den nächsten Design-Fail fühle ich so richtig. Also, ich spüre den wirklich. Und das versteht ihr auch, wenn ich euch jetzt dieses Foto hier zeige. Ich glaube, unsere kleinen Zähnen hätten nicht so viel Spaß mit diesem Bettdesign. Machen wir allerdings direkt weiter wieder mit einer Toilette. Und zwar hat jemand dort eine Toilette designt, die er besser nicht designt hätte. Und zwar... Ich meine, der Grundgedanke ist cool und stylisch. Ähm, ich zeig's euch mal. Das ist so eine Art Rutsche zwischen Waschbecken und Toilette. Das Ding ist nur, ihr seht schon, da chillt eine Zahnbürste drin. Also, wenn du da links oben deine Zahnbürste halt fallen lässt, rutscht sie halt automatisch unter dem Klodeckel durch in die Toilette. Wie blöd kann man sein? Was allerdings noch blöder ist, ist, wenn du eine Nachtuhr entwickelst, ohne dass die Zeiger auch leuchten. Wie blöd kann man sein? Und wie blöd warst du bitte bei diesem Design-Fail? Ey, das Dunkin' Donuts-Kostüm sieht einfach aus wie ein Arschloch. Äh, der nächste Design-Fail dreht sich um einen Bankautomaten. Und da fragt man sich jetzt wahrscheinlich, hey, was kann man denn bei einem Bankautomaten falsch machen? Äh, naja. Der ist ein wenig zu hoch angebracht worden. Ich denk mir einfach so, ey, ihr baut das Ding doch da rein. Ne? Da müsste man doch merken, hey, der ist irgendwie ein bisschen zu hoch, wie wir den grad einbauen. Aber naja. Ich würd sagen, wir machen weiter mit dem letzten Design-Fail jetzt schon für das heutige Video, meine Damen und Herren. Und zwar ist es ein Design-Fail, den ich extra ins Ende gepackt habe, weil ich nicht so ganz genau weiß, was er dort eigentlich hinschreiben wollte. Äh, ich zeig euch einfach mal den Fail. Ich lese dort, äh, Know Everything I'm Is Possible. Äh, falls ihr wisst, was der Innenarchitekt damit sagen wollte, äh, schreibt es mir auf jeden Fall bitte gern in die Kommentare. An der Stelle will ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Ganz viele von euch haben ja unter mein letztes Video vor einigen Monaten hab ich ja schon mal auf irgendwelche Architektur-Fails reagiert. Auf jeden Fall meinten ganz viele Leute von euch da, hey, das war echt lustig, mach das mal bitte nochmal. Deswegen hab ich hier nochmal 33 oder 32 Stück rausgesucht. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn's das getan hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt mir außerdem bitte unten in die Kommentare, was bei dem letzten Fail die Intention war, was dort wirklich hätte stehen sollen. Da bin ich echt gespannt. Abonniert zudem gern meinen Kanal, falls ich nochmal so ein Video machen soll. Und jetzt kommt das Outro.